So, heute gibt es ein How-To-Ein-Zirkel aufbauen. Heute zeige ich euch, wie so ein Bootcamp-Zirkel standardmäßig aufgebaut ist. Ach, und guck mal, der Tee hat gehalten. Gut. Das ist die Equipment-Kiste. Da ist Equipment drin. So sieht das aus. Handeln, Tubes, Push-Up-Bars, Südchen, saubere Matten. Alles da. Tee. Noch mehr Licht. Fondationsleitern. Die muss man erst einmal enttellern. Und Hürden auch fürs Warm-Up. Und das ist eine Fußballmannschaft. Das sind Kinder, ich glaube, die darf man gar nicht filmen. Aber man sieht ja nur Kinderrücken. Kinderrücken ist in Ordnung, glaube ich. Ich war jetzt mehr so ein nicht How-To-Wow-Ein-Zirkel, sondern was alles so in Equipment dabei ist. Egal, mal gucken, wie ich das Video nenne. Komm, Sascha. Zähne beißen. Komm, 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 komm. Bauch im Po angespann. Und weg, komm, komm, komm. Und halten. Hau richtig auf den Boden. Komm. Und back. Tief mit dem Knie. Gut, gut, gut. Jawohl, noch tiefer, noch tiefer, noch tiefer. Perfekt. Jawohl. Weiter, weiter, weiter. Fersen in den Boden. Geil, wie ihr dampft, ey. Ist einfach geil. Wenn ihr wechseln wollt jetzt. Und 100% High Knees. Nicht mehr aufhören jetzt. Nicht mehr wechseln. Oh, komm, die letzten fünf. Nochmal, nochmal schnell schnell. Okay. Aus. Sauber. Sauber. Sauber.